Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Ich bin heute Abend auf YouTube unterwegs und habe was gefunden und wollte euch warnen. Und zwar für die Leute, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Es gibt einen Kanal, der heißt Microsoft US, mit angeblich 568.000 Abonnenten. Der ist ein Fake-Account, ist nicht echt und jetzt ganz wichtig, das ist ein Scam. Insofern, wenn man da drauf guckt, ist da ein Livestream online und man sieht hier Bill Gates sprechen unten in so einem ziemlich langen Interview. Und worum geht es bei der Idee? Es geht darum, dass hier gesagt wird, 5000 BTC-Giveaway on mrgates.com. Also angeblich soll hier Bill Gates 5000 BTC verschenken. Und zwar, wenn man 0,1 BTC an eine Adresse schickt, an diese hier soll angeblich, da sollte man dann eben 0,2 BTC zurückbekommen. Das geht dann bis zu 5 BTC hinschicken und 10 BTC kriegt man zurück. Also man kann bis zu 20 BTC da hinschicken. Das ist nicht echt, das ist Betrug. Das führt dazu, dass man sein Geld verliert. Ich bin mal auf diese Website gegangen. Die sieht dann so aus. Hier sieht man sozusagen, wie viel Bitcoins left sind. Hier tickern irgendwelche Transactions durch. Ich hoffe nicht, dass die echt sind. Wir können hier mal gucken, was auf blockchain.com schon eingegangen ist in dieser Adresse. Und dann gucken wir mal. Also es sind bereits in diese Adresse 0,3 BTC eingegangen. Ich habe eine andere Seite noch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die jedes Mal neu erzeugt wird oder regelmäßig neu erzeugt wird. Also vorhin bin ich draufgegangen. Da waren schon 3,5 Bitcoin drauf. Das war aber eine andere Adresse. Scheinbar wechseln die auch die Adresse durch. Also wichtig, Leute. Überweist dorthin keine Bitcoin. Ihr kriegt nicht die doppelte Menge zurück. Das ist Scam. Ich habe auch die Domain mal geprüft, wem die gehört. Die ist bei einem russischen Registrar registriert. Über eine Privacy Protection in Moskau. Das heißt, diese Webseite ist eine russische Webseite und ist offensichtlich Betrug. Also wirklich Achtung, Achtung. Diese Livestreams mit Bill Gates hier und Bitcoin-Doubling und so. Hier gibt es irgendwie, hier wird der Twitter von Microsoft und Bill Gates verlinkt. Alles Quatsch. Diese Abonnenten und Like-Zahlen hier 9.000 Thumbs up und 300 Thumbs down sind Fake. Man müsste das melden. Melden hier. Was ist das? Bäm. Irre führende hin. Massenwerbung. Weiter. Fake Website. Not Microsoft. Melden. Ja. Damit ihr das mal seht, das kann man hier auch melden. Insofern empfehle ich euch wirklich, meldet diese Seiten hier. Diese Seite hier ist Fake. Wenn ihr das also seht, hier dieses Microsoft US, Bill Gates Live. Wirklich ganz, ganz wichtig. Meldet das. Ansonsten, auf der Seite lässt sich sonst nichts weiter erkennen. Die haben kein Impressum drauf. Und hier dieses Bild von Bill Gates. Wirklich schwierig. Ich denke mal, die zielen gerade auf die Zielgruppe ab der Amerikaner, die jetzt in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Und die sich an solche Charity-Konzepte, an die an solche Charity-Konzepte glauben. An Menschen, die sie unterstützen. Und es ist wirklich mies gemacht, hier die ganze Geschichte. Man hat ja eine Seite aufgebaut, die heißt eben mrgatesgifts.com. Irgendwo ein Standort in Russland mit Protection. Keiner weiß, wer dahinter steckt. Hier sammeln die Bitcoin ein. Offensichtlich, wie man hier sieht, werden hier auch Bitcoin einbezahlt. Und das ist wirklich beängstigend, dass es wirklich Leute gibt, die hier einzahlen. Im Glauben, dass hier eine reelle Sache stattfindet. Und wie gesagt, der erste Livestream, den ich gesehen habe, war vor einer Stunde oder so. Und jetzt hier sieht man, das war der hier, glaube ich. Und jetzt lassen die quasi gerade schon wieder einen aktuellen Livestream laufen. Und wie gesagt, man sieht hier Bill Gates reden in der Ecke. Und das ist tatsächlich auch ein Live. Das heißt, hier filmt jemand quasi live wieder seinen Bildschirm ab, in dem ein Dauervideo läuft, wo halt Bill Gates irgendwas erklärt. Also diese Adresse hier, ich weiß gar nicht, ob das dieselbe jetzt ist, wie auf der Website. 156. Ja, das ist dieselbe Adresse. Wie gesagt, gucken wir mal, wie es auf dem anderen Video war. Moment, Videos. Genau. 156. Ja. Also wie gesagt, da war vorher noch eine andere Adresse dran. Da waren auf jeden Fall schon über zwei Bitcoin einbezahlt. Und hier sieht man auch, wenn man auf die Adresse guckt, 0,3 Bitcoin schon rüber überwiesen worden. Es ist eine hier um 22.58 Uhr auch schon übertragen worden. Wirklich, es sollte man nicht machen. Bitte, bitte macht es nicht. Diese Geschichte ist auf jeden Fall Scam-Betrug. Und ja, bitte achtet drauf. Warnt auch andere. Ich sehe das jetzt gerade immer, immer wieder kommen. Und zwar, weil ich wahrscheinlich hier getriggert bin auf Bitcoin. Und das Ding suggeriert 27.000 Live-Zuschauer. Das heißt, die nutzen Bots, um hier diesen Stream quasi online zu halten. Machen wir Daumen runter. Wie gesagt, melden. Spam ihre führende Inhalte. Massenwerbung. Und weiter. Melden. Ja. So. Wie gesagt, ganz wichtig. Macht es. Meldet diese Webseite. Da werden wahrscheinlich viele Leute drauf reinfallen. Gerade in Amerika, die jetzt quasi in Schwierigkeiten sind, glauben, Bill Gates hilft ihnen und verdoppelt ihnen ihre Bitcoins. Das wird nicht passieren. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend und hoffe, ihr fallt nicht auf dieses Ding rein. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt unter dieses Video einen Kommentar. Falls ihr irgendwie da auf sowas ähnliches auch stoßt, schreibt es unter die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, beziehungsweise wenn euch dieses Video insofern gefällt, dass ihr sagt, hey, diese Warnungen müssen alle sehen, dann würde ich mich über den Daumen hoch freuen, dass dieses Video hier ganz oben kommt. Ich werde es auch irgendwie Bill Gates GIFs Scam nennen, dass man auf jeden Fall sieht, dass es sich hier über einen Betrug handelt. Also, ich bedanke euch vielmals für die Zeit und teilt es bitte ganz dringend.